Hallo, wir sind hier immer noch auf der Suche nach einem... Was? Ne, das ist eine Motte. Agentavis. Wir reiten hier mal hoch. Hier sind nämlich schöne grüne Bäume. Ich möchte zwei Dinge machen. Einmal würde ich da oben gucken, wo du gerade hinreitest. Können wir auf jeden Fall zuerst machen und dann da unten, wo auf der Plattform, da wo jetzt der lila Strahl ist, da so eine Brücke, ob man da vielleicht den bauen kann. Da kann man hier Holz holen und so. Ja, das können wir einfach mal machen. Ja, warum nicht? Können wir da unten Wasser holen. Wir können ja überall irgendwo in der Hütte hinstehen. Ich finde das ja nicht schlimm. Das finde ich sogar besser auf dieser Karte, als wenn man sich irgendwo jetzt niederlässt. Irgendwo eine Hauptbasis, wo du so Sachen mal hast, möchte ich schon haben. Ja, diese würde ich zentral machen, aber wenn du dann außenrum rumreitest, da hinten ist ein Stein, also so ein Golem-Stein. Siehst du vor uns? Ja. Ja, da hinten, hinter dem... Deswegen laufe ich hier mal so ein bisschen lang. Ich weiß ja, ob das ein Golem-Stein ist. Ich denke aber mal... Das könnte sein, ja. Ja. Ja, hier sind nämlich die Bäume, aber... Wir sind überall Golem-Steine. Eventuell. Hm. Da ist ein Antaves. Nee. Und da sitzt Korpione. Ach, ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Also hier gefällt es mir irgendwie nicht. Nee, ich mag das hier auch nicht. Ich will zum Strahl runter. Ich habe noch ein bisschen was eingestellt, weil unsere Tiere immer so wenig Schaden machten. Dann habe ich die einfach mal verdoppelt. Ich weiß nicht, wie damals die Einstellungen waren. Das sind ja diese komischen geänderten Einstellungen gewesen. Lass mal hier hoch. Da so rüber, genau. Auf die Brücke. Bist du da? Ja. Ja. Ich muss ein bisschen vorsichtiger reiten wegen dem Raptor. Ja. Ja. Hier kommt man aber lang, so an der Mauer. Du. Ja. Ich will den Strahl. Ich will den Strahl. Der ist bestimmt hier gleich... Bewegt sich irgendwie ein Stein? Der da vorne bestimmt. Bleib mal auf Abstand. Ja. Ich reite den mich geradeaus weg. Sieht gut aus. Ich komme mal hinterher. Äh. Bauplan für eine Lehmdecke. Äh. Die ist bestimmt ganz schön... Obwohl eine Lehmdecke kann schön kühlen, wenn das heiß ist. Ja, ich will auf jeden Fall so ein Lehmhaus mal basteln. Ja. Sollen wir hier so ein Bauhaus bauen? Ja. Ich gehe erst mal zu dem Wasserfall von hier oben. Reite mal weiter. Hinten an der Wand entlang. Da wo oben der Wasserfall ist. Ich will nicht sehen, wo was. Ich höre dir das Schritte. Hilfe. Ja, das waren meine Schritte. Ist das so ein Felsen hier? Ne. Hier willst du hin, wo der Schatten ist? Ich glaube, ich muss mal meine Grafikeinstellungen... Die sind, glaube ich, ganz beschissen. Ja. Ich wollte nämlich mal gucken, das Wasser muss ja auch irgendwo herkommen. Oh. Wie vielleicht ein kleines Flüsschen ist. Ach so, meinte, der Wasserfall. Ja, das stimmt überhaupt. Der Stein ist merkwürdig. Der wäre aber schon aufgewacht. Schlangen! Ja, das klappt ja prima mit den Einstellungen. Zurück! Warum? Was fällst du da runter? Na ja. Da hinten ist ein Therapeat? Ja. Wo? An der Wand. Ja. Ganz weit hinten. Ich weiß nicht, wo der Wasserfall war. Hier ist noch eine Schlange. Wo? Da am Abgrund hinter dem Felsen. Sie sieht uns nicht. Der muss hier aber irgendwo sein, hier vorne an der Spitze. Lass mal hier den Terrorbein. Am besten so kämpfen. Ja. Mit der Wand im Rücken. Da kommt er. Einfach schreben bleiben. Nicht hinrennen, sondern einfach schreben bleiben. Und hier. Sag das mal ran. Der Name ist getragen. Also ich habe jetzt... Das merkt man nicht wirklich. Den verdoppelten Schaden. Ich hätte mal die Schadenszahlen anmachen müssen. Bleib mal auf Abstand. Ich wollte jetzt noch mal nachgucken. Ich meine, wir sind da... Ich wollte gucken, ob der Stein hier böse ist. Und den Wasserfall suchen. Jetzt sind wir schon dran vorbeigeritten. Meinst du? Ja. Hier gab es doch zwei Wasserfälle. Ja. Jetzt hängen wir zwischen den beiden. Wo ist der? Wo ist der? Hä? Da hinten sehe ich einen. Hier ist ein Skorpion. Der muss weg. Wo bist du denn da? Also den einen Wasserfall sehe ich da. Der hängt da irgendwie... Weiß ich auch nicht. Das ist ganz komisch. Der kommt da einfach so aus dem Felsen raus. Ganz, ganz merkwürdig. Ich höre das Plätschern. Hier ist er. Hier ist der Wasserfall. Der kommt aus diesem Felsen hier raus. Ich mache mal den Felsen weg. Ja. Ich will auch nicht näher an die Kante ran. Wegen... Kann man da was mit anfangen? Was? Das sieht ja doof aus. Also wenn die da so eine Quelle hingemacht hätten, ne? Ah, das ist ja blöd. Ah, ist schön der Frisch. Kannst du da trinken? Kannst du am Brunnen hinsetzen? Nö, nö. Ich habe jetzt auch mal der Flasche getroffen. Das ist ja blöd. Wenn er hier aus dem Felsen rausgekommen wäre. Aber trotzdem könnten wir von unten eine Leitung haben. Ich weiß nicht, ob das... Oder? Hier ist ja so ein Fluss so. Das ist ja bescheuert. Da habt ihr gepatzt, Jungs und Mädels. Hier kommt einfach Wasser aus nichts. Ja. Also ich hätte entweder hier oben einen kleinen Rinnensal gemacht, der hier aus dem Felsen kommt. Ja, genau. Das hätte noch Sinn gemacht, das wäre schön gewesen, das hatte ich hier auch erhofft. Oder zumindest so einen komischen Quell da im Brunnen, so ein Quell-Dings. Wer weiß, von wem die das eingekauft haben. Ja, aber das ist Müll. Ja. Das ist richtig Müll. Deswegen haben die ja so Steine einfach draufgesetzt. Das ist da hinten aber nicht anders, ne? Da ist auch noch so ein Stein drüber. Ja. Hatte ich gesehen. Das ist schade, weil da haben wir nämlich keine Quelle hier. Ja. Ja. Aber hier wären Bäume gleich um die Ecke rum. Ja. Ich meine, das ist ja... Wenn hier ein Wasserloch wäre und keine Schlangen, dann wäre das schon mal ganz nett. Hier sind nämlich Schlangen. Ja, wo Schlangen sind, ist doch ein Wasserloch. Meinst du? Jetzt reitet sie wieder drauf zu. Na klar. Da war aber noch eine. Weißt du denn nicht, ob hier irgendwo so ein... Ah, Klange! Hey! Was denn? Irgendeiner hat eh gemacht. Ja, mein Typ, der stölt die ganze Zeit hier. Ach so. Was will er denn essen? Kann auch noch. Da ist ein Aktavis. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Ja. Der kämpft aber auch schon wieder gegen irgendwas. Der hat Level 64, glaube ich. Nee, der hilft auch 64. Hier rechts ist ein Känguru, das ist okay. Moin. Moin. Mal gucken, ob der überlebt. Einmischen ist jetzt blöd, dann haben wir ja die Aufmerksamkeit, dann müssen wir vorher die Tiere... Ja, ich weiß nicht, was der da kämpft. Gegen Terrorbird. Wir zählen den über den... Ich glaube, der Terrorbird, der kriegt überhaupt keinen Schaden, aber ist gleich tot. Ach, jetzt kommt auch noch ein Kano dazu. Und noch ein Terrorbird. Ein kleiner Kano, glaube ich. Ja, das überlebt der nicht. Nee, der ist schon ordentlich. Ja, jetzt sind... Ich reite mal hier hoch. Andere Richtung. Warte doch mal, die kommen doch gerade hier unten. Ich will aber immer was gucken. Die kommen ganz toll zähmen. Ich will kein Kano und Terrorbird zähmen. Ich will jetzt hier hoch. Ja, aber die kommen ja hinterher. Ja. Die haben mich doch gesehen, natürlich. Komme ich wieder zurück. Na, Hapia hat dich gesehen. Ja, die sind ja hinterm Felsen. Na gut. Die verstecken sich vor dir. So wie der Skorpion. Ja, der hat aber wohl eher mich gesehen. Wo willst du denn hin? Terrorbird! Das ist heiß hier, ne? Ja. Wie viel Grad haben wir denn? Ach, 2,50. Das ist so nix. Wo möchtest du denn hin? Weiß ich jetzt nicht. Ich bin ja eigentlich da, wo ich hin wollte. Aber du sagtest, da ist irgendwas blau ist. So blaue... Ja, die sind unten in der Schlucht. So blaue Tümpel da. Achso. Ja. Das ist ja wieder blöd. Wir können noch ein Stück weiter reiten. Ich würde einfach mal weiter Richtung Norden reiten. Ja, meine ich ja. So. Das würde ich auch sagen. Da hinten dahin, so zu den Felsbergen. Die so komisch schief stehen, ne? Ja. Wer steht schief? Die Fels. Ne, die Berge da hinten. Da ist ein Terrorbird. Ein ganz schwarzer. Ja. Boah. Die Schambouine? Die macht immer alle Felsche. Ja. Ja, ich würde mir irgendwie aufholfen. Zumindest kriegen unsere Tiere nicht mehr so viel Schaden. Hab ich auch ein bisschen, ne? die Widerstandskraft erhöht. Ja, ich glaube, du hast es in der verkehrten Richtung gedreht. Ja, für Start machen wir ja immer noch nicht. Ja, dann wäre ja auch zu leicht. Ja, ja, eben so ein bisschen anspruchsvoll muss es sein. Diese Felsen mag ich nicht da. Nee, da hast du Angst vor, ne? Ja. Was macht das Känguru, da? Es poppt den Stein. Ist fertig. Fertig gepoppt. Sollen wir jetzt da runter? Oder sollen wir hier... Da ist bestimmt eine Schlucht hier, da vorne eben wieder. Ja, müsste eigentlich Schlucht sein. Lass mal hier so ein bisschen rechts halten noch. Da ist aber Schlucht, ne? Obwohl es geht eigentlich. Deswegen weiß ich nicht, ob du jetzt da runter willst oder oben lang. Oben lang, da kann man runtergucken. Wenn ich unten bin, erfahre ich mich immer, was da oben ist. Wo? Achso. Ja, wenn du da oben bist, willst du runtergucken? Ja, da kann ich aber runtergucken. Was ist da denn los, Herr Obert? Das ist sehr zerklüftet hier. Hier sind Ruinen. Echt? Ja. Eine Wasserstelle wäre schön hier. Ja. Jetzt wieder nicht. Hier sind sowieso ganz wenig. Ich habe hier noch keine gesehen heute. Nee. Hier ist ein Pferd. Sieht aber auch sehr mager aus. Und da hinten jagen irgendwelche... Da jagen sich alles Mögliche da. Boah, die ganze Wolfshorde. Mit denen will ich mich aber nicht anlegen. Komm, verpiesel dich mal. Ich will hier lang. Ich habe jetzt ein Ziel. Direkt auf die Berge da hoch. Zu dem Strahl. Zu dem Blauen. Gut. Das wollte ich nicht. Hast du aber. Ich glaube, da kann man auch direkt hochreiten. Ja, ich reite nicht so schnell. Ich warte immer ab, ob so ein Felsen sich bewegt. Ja, aber wenn du schnell reitest, bist du auch schnell dran vorbei. Und der hat sich schnell wieder beruhigt. Vielleicht hat da oben ein Agentar. Wirst du da rum? Oder eine Motte? Eine Motte. Eine Motte. Hier gibt es aber dann auch T-Rexe und so einen Scheiß. Hier rechts ist ja aber auch viele Bäume. Oder ist das so Abschied vom Schuss hier? Wir sind jetzt ziemlich weit nach Westen geritten. Ich wollte eigentlich nach Norden. Ja, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Lass mal nach Norden hier. Hier ist Norden. Ja. Hier sind ganz viele Bäume. So will ich hier mal hin? Ich bin hinter dir. Rumsöhnen. Ja. Ich mache das immer so. Ich laufe rückwärts. Aber das kann ich nicht, wenn der andere hinter mir sind. Ich muss ja schon zu dir kommen. Das heißt, ich kann mir mal helfen. Ich bin ja nicht bei Brumseln. Und wenn ich helfe, dann heißt es... Du stehst im Weg. Der Felsen nach vorn. Nein, der ist nix. Oder? Gibt es da nicht so kleine Golems? Die kann man auch zähmen. Gibt es auch Golems-Babys? Ich weiß nicht, ob man die Dingsen kann. Es kann sein, wenn man die zähmen kann und knuddeln kann, dann kann das auch sein, dass die Babys kriegen bei mir. Ein Kinder-Golems-Babys. Seid ihr da? Hier ist eine Säule. Ich versuche mir jetzt gerade die Kinder von denen vorzustellen. Oder die Eier. Es sind bestimmt nur ein paar Steine. Die legen doch keine Eier in Golems. Nein, der legt Steine. Steine. Warte, warte, warte. Was denn? Rambo, Ibine, Ine. Terror Birds. Die kommt zu uns. Ja, ich kann... Kannst du mir nicht helfen, ne? Ich habe doch gesagt, warte, Rambo, Ine ist da hinten und stück fest. Ich kann nicht warten, die kam von alleine. Aber dann heißt das nicht, dass du weiter reiten sollst. Ich bin doch gar nicht weitergeritten. Und die Pfeile haben. Aber hier sind Bäume. Hier sind viele, viele Bäume. Ja, hier muss auch irgendwo eine Pütze sein. Ach so, hier ist ja ein Rambo. Oh, hier sitzt ihr immer noch da hinten. Kriegst du den nicht raus da? Wo will er denn hin? Ich weiß es nicht. Dummes Viech. So, jetzt kann ich mir die Ruinen mal angucken. So, hier ist eine Ruine. Und ein Hund. So, lass ihn doch. Den Hund. Die sind fix, die sind Kamel-Dinge, ne? Ja. Oh, hier ist ein Knopf. Guck mal. Ein Knopf? Ja. Ach, ist doch kein Knopf. Ist das kein Knopf? Ist das kein Knopf? Nein, das ist kein Knopf. Die drücken. Jetzt wäre doch witzig, wenn jetzt einfach mal so ein Tor aufgehen würde, in den Boden rein. Ja, wieso nicht? Ja. Das wäre noch was. Hier ist eine Leiche, komm mal her. Leiche? Ja, so ein drückes Tier. Ich dachte jetzt so wie im Schneegebiet in der einen Höhle. Ach so. Ja, da weiß man auch nichts drüber, ne? Nee. Mal gucken. Oh, nee. Oh, nee. Wir reiten jetzt Richtung Norden. Das ist schön. Mach mal. Ja. Um den Felsen, um den Berg hier rum. Wir sind wieder Ruinen. Aber jetzt ist keine Wasserstelle und eine Treppe. Aber keine Wasserstelle. Das sind Terrorports. Bird. Da rechts rum? Ja, aber da ist wieder nur Wüste, ne? Aber ich glaube, da ist eine Wasserstelle. Da, wo der Tiger läuft. Meinst du? Aber da kann ich ja mal meine Flasche eh nicht voll machen. Hier, ne? Ja. Nö, das ist... Doch. Doch. Oh, zurück, zurück, zurück. Warum? Tiger, Turtle Terrorports. Echt? Echt? Ist denn da noch hinter dir? Hammer ist es. Umsinn. Da kommen noch mehr. Ja, die Wasserstellen sind natürlich immer um Kämpf, ne? Ja. Da dring. Auf Wiedersehen.